Hallo, Starfox Gaming hier und ich möchte dieses Video jetzt einfach mal kurz nutzen, um Danke zu sagen. Danke an euch alle. Der Kanal hat jetzt mittlerweile 400 Abonnenten überschritten und es freut mich riesig, dass mein kleines Experiment sozusagen funktioniert. Ich habe dieses Jahr im März gestartet, hatte eigentlich kaum Vorkenntnisse, wie man YouTube macht und habe mir alles selber beigebracht, zumindest das meiste. Ein paar Tipps habe ich natürlich auch von meinem Bruder bekommen, danke recht herzlich und ja, es freut mich einfach riesig, dass das Ganze so gut funktioniert, dass es bei euch ankommt. Ihr schaut gerne meine Videos anscheinend und natürlich werde ich auch weitermachen deshalb und ja, der Kanal selber ist eben als Apex Legends News Kanal auf die Art jetzt mal so geplant und wird so weitergeführt, live streamen. Ich habe es ein paar Mal probiert, es liegt mir nicht wirklich, mit Kamera noch weniger. Ich muss mal schauen, vielleicht werde ich mich irgendwann mal dran gewöhnen, aber ja, das mit den News und den Leaks und so weiter, das Ganze euch so näher zu bringen, gefällt mir ganz gut. Das macht mir Spaß und das werde ich eben auch so weitermachen. Den Club, den ich gegründet habe, Apex Austria, der ist auch randvoll, das freut mich, dass der mit 30 Leuten einfach gut ausgelastet ist. Allerdings das ganze Club-System, da gehört noch einiges ausgebaut, ist es schwer zu sagen, wer da alles jetzt online ist oder ob da ein paar, ja sozusagen Club-Leichen drinnen sind, die gar nicht mehr spielen. Das kann man momentan ein bisschen schwer aussortieren, damit eventuell wieder ein bisschen Platz wird. Ja, ansonsten, ich habe jetzt auch ein paar Social Media Accounts gemacht, also ich habe einen Instagram Account, ich habe einen Twitter Account, ich habe eine Facebook-Seite erstellt. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, die Links sind unten in der Videobeschreibung. Auch einen Discord-Server habe ich erstellt, da ist auch der Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ich da auch ein paar Abos dazu bekomme oder wenn ihr einfach den Server joint oder eben Discord, Twitter und so weiter. Ja, dann kann ich euch da auch Kleinigkeiten präsentieren, kleinere Leaks oder so, wo ich jetzt nicht vielleicht extra ein Video dazu mache. Also würde mich freuen, wenn da auch der ein oder andere noch joinen würde. Apex Legends, das Spiel selbst, hat mir dieses Jahr eigentlich auch ganz gut gefallen, bis auf den kleinen Durchhänger, der in Season 6 war, wo wenig Content war. Das war ein bisschen, ja, eine zache Partie, sage ich einmal. Aber ansonsten gefällt mir das Spiel immer noch ganz gut. Die ganze Story und alles drumherum ist super aufgebaut. Die Entwickler sind eigentlich immer mit der Community verbunden und es gibt da immer Neuigkeiten zu berichten. Gefällt mir wirklich gut. Und das Spiel selbst, also wie ich spiele, es ist einfach ein bisschen zart für mich. Ich komme gerade mal auf Platin und kaum höher. Ich weiß nicht, was ich da noch verbessern könnte. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für mich selber, dass ich auch im Spiel selbst besser werde. Dann könnte ich mich auch wahrscheinlich eher getrauen, ein bisschen zu streamen, denn wer möchte schon einen Noob-Spacken hier ablosen sehen. Also, das glaube ich möchte keiner. Und ja, ich könnte noch ein paar Tipps vertragen, dass ich da eventuell auch mal ein bisschen höher komme und den ein oder anderen Kniff dazulerne. Mein erstes Erbstück habe ich endlich bekommen. Ich habe mir für Mirage die Statue gekauft. Das ist ganz witzig. Und ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, wie es weitergeht in der Zukunft. Bin ich schon mal gespannt. Jetzt mit Cyberpunk werde ich auch natürlich ein bisschen spielen. Mal schauen, ob sich das jetzt auswirkt auf Apex ein bisschen. Aber Cyberpunk muss ich mir auf alle Fälle geben. Dieses Setting wird so cool, dieses Spiel. Da freue ich mich schon richtig drauf. Aber ich werde auf alle Fälle bei Apex dranbleiben und euch in Zukunft weiter mit News, Leaks, Updates und so weiter beliefern. Ja, nochmals Dankeschön. Danke, danke, danke an alle bisher 400 und ein paar Abonnenten. Würde mich auch freuen, wenn noch ein paar dazukommen würden. Dann geht die Richtung, die Stimmung. Es geht weiter Richtung 500, das wollte ich sagen. Ja, danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Star Fox.